Selbst bei den radikalsten Denkerinnen hört er spätestens dann auf, wenn die Basis der Lebensentstehung, der Lebenserhaltung der Körper in ihrer Integrationsfunktion befragt oder infrage gestellt werden sollen. Denn solche Philosophäne sind von vornherein nicht zulässig, bleiben undenkbar, wie auch die dazu nötigen Vorgänge hinter dem Rockschleier der Baubo durch exhibitionistische Demonstrationen verborgen bleiben müssen. Qua Zielenblendung